Herzlich willkommen im Kurs Lärm- und Emissionsschutz im Wintersemester 2020-21. Mein Name ist Martin Zervas und ich lehre das Gebiet Bauphysik und Baukonstruktion, nachhaltiges Bauen und eben auch Lärm- und Emissionsschutz an der Hochschule Koblenz. Da wir noch stärker als sonst die Veranstaltung als Online-Kurs anbieten werden, möchte ich Ihnen in dem kurzen Video kurz die Struktur, den Aufbau Ihnen erläutern und näher bringen, Ihnen sagen, welche Materialien ganz wichtig sind für Sie, damit Sie möglichst schnell in den Kurs reinfinden. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist natürlich der OLAT-Kurs, den ich angelegt habe und den Sie über den Katalog finden. Er ist aufgebaut als sogenannter Lernpfadkurs, das erkennen Sie an dieser Perlenschnur hier links, und Sie haben so als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr schnell den Überblick, welche Bereiche Sie schon bearbeitet haben. Ich habe gerade mal gewechselt als Beispiel zu meiner Teilnehmeransicht und Sie sehen, dass ich jetzt den Bereich Start schon bearbeitet habe. Ich kann den auch zuklappen und Sie sehen das an diesem grünen Haken. Terminplan und so weiter ist noch orange, das heißt, da habe ich noch nicht alle Teile bearbeitet. Gewisse Teile sind auch gesperrt für mich als Teilnehmer, weil die erst freigeschaltet werden, wenn Sie gewisse Bedingungen im Vorfeld erfüllt haben. Und das Erste, was Sie machen sollten, sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich, sich gerne das Einführungsvideo anzusehen. Was ist Lärmschutz denn überhaupt? Dann natürlich bitte zur Infoveranstaltung für alle Interessierten kommen. Am kommenden Dienstag, 29.09. um 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr in einem Zoom-Meetingraum. Und das wird auch der Zoom-Meetingraum bleiben für uns im Semester. Dann das Nächste, was Sie sich gerne anschauen sollten, wäre so der Terminplan. Sie erkennen jetzt hier nicht viel, aber schauen Sie es mal an, wenn Sie sich die PDF öffnen, erkennen Sie so die einzelnen Lernphasen und Meilensteine. Und im Zusammenhang damit steht natürlich auch der OLAT-Kalender, den ich für Sie schon angelegt habe. Wechsel mal in den Oktober rein und Sie sehen da die tatsächlich geplanten einzelnen Termine. Das heißt, unsere Regelveranstaltung wird immer montags stattfinden, aber nicht jeden Montag, sondern nur an einzelnen Montagen. Und wenn ich jetzt schon absehen kann, dass ich an einzelnen Terminen nicht kann, wie hier zum Beispiel, ist auch schon ein Terminvorschlag für einen Ausweichtermin angegeben. Und das würden wir aber noch abstimmen miteinander. Das heißt, schauen Sie sich den Kalender an. Sie sehen da auch die Zeiten von 10 bis 13 Uhr und den entsprechenden Link nochmal zum Zoom-Raum. So, und dann geht es auch schon los. In dem Unterpunkt Start finden Sie alles, was so zum Thema Organisatorisches gehört, also die Einschreibung in Ihren Studiengang. Also je nachdem, ob Sie Bauingenieurwesen studieren oder Umwelt-, Wasser-, Infrastrukturmanagement. Entsprechend hier einschreiben. Ich hoffe, dass das noch mehr werden. Und wenn Sie als Gast zuhören, also keine Prüfungs- und Studienleistung absolvieren müssen oder möchten, dann entsprechend hier einwählen. Mitteilungen. Gut, das kennen Sie schon. Sie sollten dann die Änderungen auch abonnieren. Das heißt, Sie bekommen automatisch eine E-Mail, wenn ich Ihnen eine Mitteilung schreibe. Sie kommen aber noch zum Thema Kommunikation. Kalender finden Sie. Und den Unterpunkt Technik und Tools. Und da möchte ich schon auf eine sehr erprobte Besonderheit hinweisen. Im Sommersemester erprobt. Das ist nämlich die schnelle, unkomplizierte Kommunikation. Quasi meine offene Bürotür für Sie. Das ist die Kommunikation über Slack. Slack ist so etwas Ähnliches wie Microsoft Teams. So ähnlich wie WhatsApp, nur professioneller und strukturierter wird auch von vielen Firmen in der Praxis verwendet. Über diesen Einladungslink kommen Sie dann zu unserem Slack-Channel, Slack-Workspace. Ich wechsle da mal hin. Sie sehen das jetzt hier links. Ich mache den mal groß. Und das ist jetzt hier der Workspace für Lärm- und Emissionsschutz. Sie sehen hier noch die Studierenden des vergangenen Semesters. Das heißt, ich kann mit jedem Teilnehmer individuell kommunizieren, ohne dass die anderen mitlesen. Und dann gibt es natürlich auch einzelne Channels, wie hier zum Beispiel allgemein. Das heißt, da werde ich den Großteil meiner Kommunikation mit Ihnen durchführen, Fragen beantworten. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, bitte schreiben Sie das in den Slack-Workspace und dann kann ich innerhalb von einem Tag schnell auf diese Frage antworten. Und die Bitte, die ich auch habe, ist, dass alle Fragen, die Sie haben, inhaltlicher Art, in diesen Slack-Workspace allgemein geschrieben werden. Und nur, wenn es Sie persönlich betrifft, Sie mir eine Direktnachricht schreiben. Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, gehe jetzt mal hier auf den Teilnehmer David Hilger oder Slack-Bot, nehme ich einfach mal, dass Sie mich auch selber über Slack anrufen. Sie sehen ja, wenn ich online bin und wenn Sie mich anrufen über Slack, das funktioniert relativ einfach. Wie hier zum Beispiel hier oben sehen Sie diesen Hörer. Das heißt, Sie können mich dann hier über Slack anrufen, wenn Sie möchten. Immer wenn mein Knopf grün ist, mein Online-Status auf Erreichbar ist, können Sie das tun. Wenn ich nicht kann, gehe ich nicht ran. Und dann können wir kurz miteinander einen Videocall durchführen und Ihre Fragen auch persönlich sehr gerne beantworten. Kommen wir nochmal zum OLAT-Kurs zurück. Also das ist der Bereich Kommunikation über Slack. Die offiziellen Mitteilungen, wenn es um Prüfungen und so weiter geht, das muss ich nach wie vor über OLAT machen. Es ist also kein Zwang für Sie, über Slack zu kommunizieren. Es ist aber viel, viel einfacher. Dann unsere Meetings, unsere virtuellen Meetings werden stattfinden über Zoom. Es war ursprünglich geplant, auch ein anderes Tool zu verwenden, aber ich bin bei Zoom geblieben. Und Ihre Fragen und Antworten, auch da hätte ich die Bitte, das über Slack zu kommunizieren, Ihre Fragen, weil die Antwort dann sehr, sehr viel schneller kommt, als wenn Sie mir per E-Mail schreiben. Und wenn es dann auch noch fünfmal dieselbe Frage ist, wird das sehr aufwendig. Schauen wir uns den Kurs noch weiter an. Einführung ins Thema. Es gibt so ein paar inhaltliche Einführungen. Lärmursachen und Folgen. Da finden Sie auch schon entsprechende Videos hinterlegt. Das sind nicht immer zwingend eigene Videos. Hier ist jetzt ein Video vom Umweltbundesamt, was ich sehr gut finde. Und immer wenn ein Unterpunkt mit so einem Sternchen gekennzeichnet ist, dann ist das eine Vertiefungseinheit, die jetzt nicht, ich sag mal, zwingend erforderlich ist, um das Grundverständnis auszubilden, aber ganz interessant sein könnte als Vertiefung in den einzelnen Themen. Dann gibt es den Materialordner. Darin finden Sie das zentrale Arbeitsinstrument von mir, wir untereinander. Und das ist das Arbeitsheft oder Aufgabenheft Lärm- und Emissionsschutz. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier auch noch mal ganz kurz. So sieht das aus. Klar, Inhaltsverzeichnis. Und was Sie jetzt hier auch erkennen, sind die einzelnen Themen oder Kapitel von A bis D hier hinten. M ist dann eine Materialsammlung. Da kommen wir später noch mal zu. Und es empfiehlt sich einfach, da auch chronologisch vorzugehen. Das heißt, wir fangen an bei den allgemeinen Grundbegriffen, Grundlagen aus der Akustik, aus der Physik. Ein bisschen Auffrischung, kommen wir gleich noch mal zu. Gehen dann über den groben, nenne ich es mal, planerorientierten oder entwurfsorientierten städtebaulichen Lärmschutz In die einzelnen Lärmschutzverordnungen sprechen da zuerst über Gewerbelärm. Das ist die TA-Lärm. Dann gewisse Sonderbereiche wie Sport- und Freizeitlärm und Baulärm. Und ein weiterer Schwerpunkt wird dann auch der Verkehrslärm sein. Sodass man sagen kann, die vielleicht eher konstruktiven Vertiefer von Ihnen, die könnten sich mehr in der Richtung Gewerbelärm orientieren. Und die Wasserinfrastrukturinteressierten von Ihnen, die vielleicht später auch auf dem Umweltamt sitzen oder beim Umweltamt sitzen oder in Planungsbüros, die könnten zum Beispiel auch Verkehrslärm vertiefen. Abgerundet wird das Ganze dann durch Messtechnik. Und da werden Sie auch, wenn es möglich ist unter Corona-Bedingungen, eine Emissionsmessung durchführen in Kleingruppen. Da kommen wir aber dann zu gegebener Zeit noch zu. Und Sie werden auch durchführen eine dreidimensionale Lärmprognose mit dem Programm CATNA-A. Da haben wir noch ein paar Schutzmodule, also Lizenzen für Sie, sodass Sie auch davon zu Hause arbeiten können. Und im Materialteil des Arbeitsheftes finden Sie dann die wesentlichen Verordnungen und Gesetze und Dokumente, über die wir dann auch sprechen möchten. Also besorgen Sie sich das Arbeitsheft als PDF. Sie können das Arbeitsheft auch sehr gerne von mir, von uns zugeschickt bekommen, in gebundener Form als Ringbuch. Auch da sage ich dann später im Kurs noch was zu. Das kostet natürlich so viel, wie der Druck gekostet hat, plus Porto. Das heißt, wir reden da in der Größenordnung über 15 Euro pro Heft. Dann haben Sie es in Farbe ausgedruckt als Ringbuch. Das, was ich mit Ihnen bearbeiten werde, mache ich letzten Endes in einer digitalen Form dieses Buches. In einer speziellen Form, nämlich in Form eines OneNote-Kursnotizbuchs. Und über diesen Link hier oben, Lärm, gelangen Sie zur Online-Version dieses Kursbuchs. Dann öffnet sich in Ihrem Browser ein neues Fenster und Sie haben Lesezugriff, bei mir ist es jetzt mehr als Lesezugriff, weil ich angemeldet bin, auf dieses Arbeitsheft. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Sie finden dann diese Struktur, also Willkommen, kurze Erklärung, Allgemeines und dann das Arbeitsheft Wintersemester 2020, 2021 mit den einzelnen Kapiteln und ergänzenden Materialien des Heftes. Das heißt, wenn ich jetzt mal in das erste Kapitel Grundlagen reingehe, dann finden Sie da dementsprechend alle Seiten, muss ich teilweise noch drehen, des Arbeitsheftes. Jetzt kann man sagen, warum gibt es das da doppelt? Ganz einfach, wenn ich mit Ihnen gemeinsam etwas schreibe in diesem Arbeitsheft, dann können Sie hier unmittelbar sehen, was ich da geschrieben habe. Ich wechsle einfach mal in das Arbeitsheft des Sommersemesters 20 rein, damit Sie sehen, was ich damit meine. Das ist hier sowas zum Beispiel. Das heißt, da erläutere ich dann in Videos oder in der gemeinsamen Veranstaltung etwas, wenn Sie Rückfragen haben. Und über den Leselink haben Sie automatisch Zugriff auf meine Notizen. Das heißt, wenn Sie einmal nicht können, berufsbedingt oder krankheitsbedingt, können Sie später trotzdem ein Video dazu angucken. Denn jedes Online-Meeting, was wir durchführen, das werde ich aufnehmen und Ihnen zur Verfügung stellen. Und Sie können auch in diesem OneNote-Arbeitsheft sich das sogar auch auf die Schnelle noch anschauen, indem Sie zum Beispiel diese Sachen markieren, mache ich jetzt einfach mal und dann auf Wiedergeben gehen. Und dann sehen Sie, in welcher Reihenfolge ich das erarbeitet habe. Ohne Ton zwar, aber so erklären sich auch ganz viele Dinge schon relativ gut. Das heißt, ich benutze OneNote wirklich als interaktives Tool mit Ihnen zusammen. So, abbrechen. Und über den Link im Kurs, wie gesagt, dieser Link, haben Sie Lesezugriff. Noch keine Schreibrechte, sondern einen Lesezugriff. Und das, was ich Ihnen anbieten möchte, was auch sehr gut funktioniert hat, ist, dass Sie sich ein eigenes Notizbuch anlegen. Das ist dann auch hier erklärt, wie das funktioniert. Sie müssen sich einmal anmelden mit Ihrem Hochschulaccount. Und Sie haben ja Microsoft Office und haben dann ein sogenanntes Schülernotizbuch. Und das sieht dann so aus. Ich gehe mal auf den Herrn Hilger. Arbeitsheft, falscher Account, so, Arbeitsheft. Das heißt, Herr Hilger hat sich das Arbeitsheft des Sommersemesters da rein kopiert und dann selber Aufgaben bearbeitet. Ich gucke mal gerade, wo das bei ihm ist. Das hier ist jetzt die Schrift von Herrn Hilger. Das heißt, immer wenn ich Ihnen ein Thema über Videos erklärt habe, gibt es dazu passend Aufgaben in diesem Arbeitsheft, die Sie bearbeiten können und mich fragen können, stimmt das jetzt? Ich habe hier eine Frage, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht weiter. Und wenn Sie das in dieses Kursnotizbuch schreiben, als Schülernotizbuch, dann sehe ich das bei Ihnen und dann reicht eine Mitteilung über Slack. Herr Zervas, ich habe hier eine Aufgabe bearbeitet, ich habe da eine Frage zu. Stimmt das oder stimmt das nicht? Gucken Sie sich das mal an. Und dann kann ich in Ihr Notizbuch gucken, so wie wir jetzt hier in das Notizbuch von David Hilger reinschauen und kann mir das anschauen und kann dann Kommentare dran schreiben. Also diese Kommentare hier, das ist wiederum meine Schrift und so können wir miteinander arbeiten, zeitversetzt. Und das ist extrem praktisch, auch jetzt wie hier, auch wieder die Schrift von David Hilger. Und wir können dann wie hier auch gemeinsam miteinander sprechen, die Erarbeitungen, die Sie dann letzten Endes durchgeführt haben. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Form, über Distanz miteinander trotzdem zu arbeiten, zeitversetzt zu arbeiten, weil Sie ja eventuell auch berufstätig sein werden. Und dafür ist dann wie gesagt eine Anmeldung erforderlich, die hier dann auch wiederum in Videos von Microsoft erklärt ist, wie Sie da reinkommen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie uns natürlich gerne. So, das heißt, wir sind jetzt beim OLAT-Kurs. Wir haben das Arbeitsheft als die Zentralen und im OLAT-Kurs geht es dann immer gleich weiter. Das heißt, zu jedem Thema des Heftes finden Sie hier ein Kapitel im OLAT-Kurs. Ich mache mal beide Seiten an. Das heißt, wir haben dann im OLAT-Kurs die Grundlagen. Wir können hier zu den allgemeinen Grundbegriffen und Grundlagen gehen. Und da finden Sie dann im OLAT-Kurs auf der einen Seite Erklärvideos, Grundlagen der Akustik, Schallgeschwindigkeit, Wellenlänge, finden Sie dann ein Erklärvideo. Und im Arbeitsheft finden Sie dann die Theorie in Textform. Das heißt, Sie haben immer Erklärvideos. Wiederum mit Sternchen markiert die Vertiefungsvideos hier, physikalische Grundlagen dazu und so weiter. Und die ohne Sternchen, das sind dann die empfohlenen Erklärvideos, die Sie sich anschauen sollen. Und dann finden Sie auch letzten Endes die Aufgaben des Arbeitsheftes. Wenn Sie jetzt im Arbeitsheft hier mal reinschauen, gibt es verschiedene Aufgaben, die Sie bearbeiten sollen oder können. Das werde ich nicht kontrollieren. Die das Thema dann vertiefen. Wie hier Übungsaufgaben A. Da fehlt noch ein bisschen Futter im OLAT-Kurs. Das werde ich noch reinschmeißen. Und so finden Sie im OLAT-Kurs jedes Kapitel, also Grundlagen, städtebaulicher Schallschutz, Gewerbelärm, Freizeitlärm, Baulärm, Verkehrslärm, die Messtechnik, die Lärmprognose. Also die einzelnen Themen unseres Moduls. Und Sie finden natürlich auch einen Unterpunkt mit den entsprechenden Leistungsnachweisen. So, wenn es jetzt im Hintergrund was lauter ist, dann liegt das an der Baustelle, die neben mir gerade eingerichtet wird. Und ich denke, ich bin aber trotzdem gut zu verstehen. So, Ihr Leistungsnachweis, wie sieht der aus? Das wird eine sogenannte Portfolioprüfung sein. Die wird dann hier auch noch näher erläutert. Und ich werde sie Ihnen auch erläutern. Und das ist die emissionsrechtliche Bearbeitung eines, naja, in Anführungsstrichen realen Projektes. Das heißt, das Gebäude gibt es. Die Situation und die Erfordernis einer Lärmprognose gab es. Und Sie vollziehen letzten Endes die emissionsrechtliche Bewertung, die Berechnungen dazu von Hand und unter Verwendung der Software nach. Und alle Daten, die Sie dafür brauchen, die stelle ich Ihnen auch online zur Verfügung. Da finden Sie dann hier einen Link und auch die Aufgabenstellung. So, das war der kurze Einblick in den Kurs Lärm- und Emissionsschutz, so wie er im Wintersemester 2020 geplant. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam bearbeiten werden. Wie gesagt, Sie bereiten gewisse Themen vor, Sie bereiten gewisse Themen nach. Und in regelmäßigen Abständen kommen wir in Online-Meetings zusammen und besprechen Ihre Fragen und das weitere Vorgehen und auch Ihre Portfolioprüfung. Es gibt da also gewisse Zwischentermine, wo Sie eine kleine Präsentation halten sollen über Zoom oder schon mal an Ihrem Bericht anfangen und das dann vorstellen in Zwischenschritten. Auch das hat sich sehr gut bewährt, diese Zwischenschritte, weil dann nicht am Ende die große Ausarbeitung kommt, die sich ja irgendwie überlappen wird mit Ihrer Klausurphase, sondern durch die Zwischentermine sind Sie so ein bisschen gezwungen, auch im laufenden Betrieb daran zu arbeiten. Aber dann sind die einzelnen Häppchen nicht so groß und die Rückmeldung der Studierenden in dem Punkt ist immer eigentlich sehr positiv gewesen. Ansonsten kann ich Sie nur in den Kurs einladen. Ich würde freuen, wenn wir uns sehen. Kommenden Dienstag bei der Infoveranstaltung und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.